Hallo, mein Name ist Janina. Ich schwöre momentan in der ganzen Welt herum und vernetze Menschen im sexpositiven Bereich. Ich freue mich darauf, dass Jana diesen Raum eröffnet, wo Menschen endlich mal zur Ruhe kommen können und mal wieder auf echte Verbindungen bauen können, sich erforschen können und spielen. Vor allem freue ich mich auf die Abende, wo wir Kuschelpartys, Playfights und Orgien planen.